Das Feld der Schreie, meine Freunde, das ist diese Vampirtuse. Gegen den Yadden aus dem Yukimuto-Loden. Kamula. Hauptsache ne Fledermaus auf dem Busen. Ganz, ganz wichtig. Fledermaus auf dem Busen. Schau'n wir mal. Ah ja, okay. Sieht ja jetzt auf dem ersten Blick gar nicht mehr so schlecht aus. Aha. Ein Krieger-Monster, der staufe 4. Zack, Leute. Zack, Leute. So, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die hat diesen komischen Vampirlord. Ich glaube, das ist ihre Hauptkarte. Wenn ich mich nicht irre. Aber wir werden sehen. So, mach mal gleich mal weg den Scheiß. Brauchen wir nicht. So. Katsching. Sieht ja, gehört ja in der Karte deines Gegners auf den Friedhof gelegt wird. Du kannst den an einem Vampir-Monster. Nochmal einer. Aber jetzt kommt der Sparkaman. Sparkaman. Attacke. War mal da. Jetzt kommt der Effekt. Vampir-Monster. Vampir-Genesis. Oh je, oh je, oh je. Der sieht gefährlich aus. Oh je. Aber ich habe noch ein schwarzes Loch. Auch als Karte. Ich habe am Popo ein schwarzes Loch. Und eine Karte, die so heiß habe ich auch. Und was passiert jetzt? Scheiße. Vampir-Lord. Scheiße. Oh, Scheiße. Scheiße. Pass auf. Aber. Ich habe ja noch nicht verloren. Deswegen hole ich mir noch einen Sparkaman. Und beende das. Die soll den ruhig ins Deck mischen. Ah, okay. Die spielt nichts anderes raus. Blöd. Wiedergeburt. Okay. Komm. Machen wir mal so. So. Jetzt ist sie ungeschützt. Hm. 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 Ich will noch nicht so in die Offensive gehen. Wenn ich ehrlich bin. Ich will noch nicht so in die Offensive gehen. Okay. Sag mal. Was ist denn das für ein... Ein... Duell, in dem ich nicht eine Fusion ziehe. Oder irgendwas ähnliches. Merkwürdig. Oh, lalala. Oh je. Jetzt kommt der Spasti wieder. Nein, das ist ein anderer. Ha. Füge sie deiner Hand hinzu. Das kann ich machen. Hm. 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 Muss leider sein, weil... Ich gegen den nicht ankomme. Attacke! Bam, 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 bam. So. Jetzt sind wir wieder fast gleich auf. Von den Lebenspunkten her. Let's have a look at the Skook. Oh, nee. Äh, der Zombie marsch da. Schlecht, schlecht. Ach, zieh doch jetzt mal eine Fusion, Alter. Dein ganzes Deck ist auf Fusion ausgelegt. Jetzt zieh halt auch mal eine. Mein Gott, nochmal. Das ist doch unfassbar. Oh, nein. Aha, der hat den Slick. Okay, schlecht. Ganz, ganz schlecht. Wow, Fusionstor. Das kann mir jetzt tatsächlich mal weiterhelfen. Was hab ich denn da so? Blade Edge. Clayman Sparkman. Avian. Sparkman Bubbleman. Avian hab ich nicht. Flammenflügelmann Sparkman. Clayman Bursthinde Tricks. Das ist doch die, die trotzdem angreifen kann, oder? Naja, aber nur wenn er... Ich wünschte, ich könnte jetzt was Besseres holen, aber... Muss ich einen Donnergigant holen. Sparkman Clayman. Muss ich leider machen. Et das not anders da gehen. Warum nicht? Hallo? Achso, ich muss die aktivieren. Ha! Magballman. Das ist einfach nur eine Verteidigung. Aber ich möchte Donnergigant. Denn der soll Donner über dich bringen, du Hotze. Puff, 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 puff. Da ist er. Sein Becken, Brust, Muskeln. Effekt aktivieren. Bubbleman weg. Okay, ich kann leider nur E beseitigen. Anderes Problem ist... Scheiße, ich verliere den Kampf. Der wird stärker als ich. Ah! Äh, ich jetzt eh verloren. Gegen die Karte wäre auch eher nicht angekommen. Das ist geil, wenn ich keine Fusionen nichts... Ah, ja, denn Yuki, du musst doch gewinnen. Das darf nicht sein. Wir müssen doch bla 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 machen. Bla 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 müssen wir machen. Bla bla bla. Natürlich. I'll lose this shit. Digga, digga, digga. Mir wird schon wieder warm. Ich kriege schon wieder innerlich Hitzewallungen und Stress. Ha, 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 ha. So, du bist Nummer 1, was ich rausspiele. Als nächstes kommt das Barker Mann. Und der greift auch an, weil sie nichts rausgespielt hat. Yay! Oh, nochmal eine Runde attackieren für mich. Polymerisation. So, jetzt könnte ich Donnergigant machen. Avian fehlt mir da. Ich wünsche, ich hätte einen Avian. Aber es ist kein Avian. Oder ich mache den Rampart Blaster. Und habe dann zusätzlich noch den Sparker Mann. Ich spiele Polymerisation. Und hole mir Elementarhead Rampart Blaster. So, da ich noch eine Speichelkraft habe, kann ich sie im Angriffsmodus spielen. Zack, Alter. Das heißt... Ah, da wollte ich sie nicht hin. Egal. So, jetzt pass auf. Jetzt mache ich zusätzlich noch Dunkle Fabrik der Massenbraster schon. Hole mir die beiden direkt wieder. Spiele Burst Tinnertrix in den Angriffsmodus. 2800, 4800 Schaden wirst du gleich kassieren. Bam, bam, bam. Attacke. Burst Tinnertrix. Attacke. Sparkermanns. Attacke. Rampart Blaster. So. Immer noch eine Spiegelkraft auf dem Feld. Immer noch Spiegelkraft auf dem Feld. Spiegel, Spiegel, Spiegelkraft. Schauen wir mal. Ah ja, cool. Das war ein geschenktes Duell. Vielen Dank. Oh, hier wäre der Avian. Jetzt wäre der Avian auch noch da. Oh, Avian Deluxe. So, wir machen Battle Face. Äh, Attacke. Und, äh, Sparkermann Blitz, Donner, Attacke. Boom, shakalaka. Piff, piff. Das war geschenkt. Bubi, da brauche ich mich gar nicht freuen, Bubal. Das ist kaputt. Das war kaputt, das Duell. Das ist mir fast peinlich, so zu gewinnen. Aber egal. Ablenkungsduell. Tschad und Yuki. Gegen diese komische Amazonerin. So, jetzt schau, jetzt zeige ich dir mal, was Vampire können. Nämlich gar nichts. Gah? Spielt gar keine Rolle. Ich spiel'n Kamula. Das ist wieder so eine, die keine normalen Fallenkarten hat, glaube ich. Das heißt, ich muss wieder nur durch Glück. Übermächtiges Auge. Wenn ich schon wieder sehe, dass ich das zweimal zogen habe, kriege ich schon wieder kotzen. Cool. Ein Karteneffekt eines Gegners von deiner Hand oder deinem Friedhof auf den... von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof gelegt wird. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Okay. Let's have a look, look, look. Das ist wieder so eine Karte. Toll, dass ich die wieder zweimal gezogen habe. Ah, scheiße. Ha, Avian wird nicht viel bringen. Spiegelkraft. Save Spiegelkraft oder das Entkräften der Spiegelkraft. Er greift nicht an. Ich muss ja beschwören. Hm. Das war jetzt wiederum eine Karte, da wusste ich gar nicht, dass er sie hat. Die habe ich gar nicht gezogen. Gemeinheit. Jetzt verstehe ich auch, warum er nur den Avian gespielt hat. War clever. Bin nicht drauf reingefallen. Arschloch. Das ist Clayman. Schön. Topf der Gier. Erlaub mir zwei Karten zu ziehen. Hä? Darf ich jetzt nicht den Effekt aktivieren? Durch den Effekt eines Gegners. Achso. Blöd für mich. Ganz blöd für mich. Ah, toll. Oh, Mann. Bäh. Werde ich schon wieder leicht, ganz leicht genervt davon. Nur so. Du kannst diese Karte von deinem Verwirren-Monster, das du in diesem Spielzeug beschwörst, kann beschworen werden, ohne Tribut anzubieten. Ha! Ja, möchte ich. Wenn diese Karte oder auf deine beschworen wird, du kannst ein offenes wählen, dass dein Gegner kontrolliert ist. Klingt komisch. Ich nehme den. Mehr kann ich nicht machen. Ha! Was ist das in deiner Hand? Oder fasst du keins in deiner Hand? Ja, ja. Verlockung der Finsternis. Jetzt muss ich eine Karte verbannen. Ähm... So, schauen wir mal, ob ich jetzt dein Avian mal wegbekomme. Yay! Wenigstens das habe ich geschafft. Ist ja schon mal ein Anfang. So, wenn er keinen Monster zieht, könnte ich überleben. Ah, shit. Ja, scheißegal, Bruder. Kacke damit, alter. Kacke damit, alter. Aber es ist immer so, man muss auch... Uh, der sieht cool aus. Unterterror, Behemus, Ultra Famus. Ultra Maffus, oder so. Nice. Mal so ein fettes Feuerdeck, alter, äh. Fettes Feuerdeck, alter, äh. Bin ich schon wieder Immer muss ich anfangen Falls du keine Karte in deiner Feldzone hast Und alle offenen Monster, die du kontrollierst Vom Typ Zombie sind Aktiviere ein Vampirkönigreich direkt von deinem Deck Dann kannst du ein finsternes Vampirmonster Als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof Das ist cool Vom Typ Zombie Ja, das wäre jetzt sie zum Beispiel Ja, als würde der irgendein Monster zerstören Ah, Rufdecki Jagden war jetzt nicht so clever Dadurch kann ich ja die Falle jetzt nicht mehr aktivieren Eh? Das hilft mir ja jetzt einfach schon wieder gar nichts Gar nichts hilft mir das Nächste Runde bin ich tot Wenn jetzt nicht irgendwas passiert, was mir weiterhilft Nein, tut's nicht Ah, Ficken, Alter Weißt du, einmal Irgendwas ziehen, was mir weiterhilft in dem Scheißspiel Oh, ich bin so gebrannt, Mark, in dem Spiel Das ist unfassbar Weil mich das einfach so oft verarscht Ich bin so gebrannt, ich bin so gebrannt Na klar Na klar Direkt in der ersten Runde Ich hab nicht eine Fusion wirklich spielen können Oh, ne, Flammenflügel, Mann Oh, den mag ich nicht Der darf noch einen spielen Na, Shit, Alter Das ist der Plan Irgendwie den wir Vampirlord aufs Feld kriegen Und dann Vampir Genesis zu holen Hoppala Das ist mein Plan Alles andere ist Bullshit Natürlich ziehe ich das nochmal Wenn Karten vom Deck Deines Gehen an den Friedhof gelegt werden Wähle eine Karte auf dem Spielfeld Lege eine beim 4-Monster von deiner Hand Oder deinem Deck Und zerstöre das Oh, das ist aber cool So, was muss es sein? Zombie Du bist Zombie Damit müsste ich ja Flammenflügel, Mann, wegkriegen, oder? Ach, deine Mutter, Alter Oh, der lutscht doch nur Wichse Das ist unfassbar Na klar Oh, 3.900 4.000 5.200 Ach, na klar Ich verliere in zwei Runden Das kann doch nicht sein, oder? Das gibt es nicht Unmöglich Das ist unfassbar, was hier abgeht Boah Ich kriege schon wieder Tränen in den Augen Und vor Verzweiflung Das ist unglaublich Also wirklich Ich liebe Yu-Gi-Oh! Aber dieses Spiel kostet mich Jeden einzelnen Scheißnerv, den ich habe Jetzt ziehe ich den zweimal Den kann ich nicht brauchen Mann Ah, lasst das Schicksalv Ichwie Ja, die Chance deswegen 妳 Wenn ich Cause genau Das ist Was Mach ich sofort. Bevor er überhaupt irgendwas tun kann. So. Ach, scheiß Wolkenkratzer. Kannst du einmal wählen, dass... Nein, ich brauch eins, das ich beschwören kann, Mann. So, also. Pass auf. Ich greife an. War so klar. Und jetzt hätte ich gern... Desaktiviert. Aber das darf ich ja wieder nicht. Weil ich nie zwei Effekte in einem Spielzug aktivieren darf. Oder was weiß ich. Wenn Karten vom... Ach, vom Deck. Oh, ich muss halt auch einfach mal lesen. Bruder. Scheiße. Okay. Vorteil ist... Ich hab ihn noch. Du kannst ein Monster von deiner Haare legen und dann einen Zombie-Monster Stufe 4 oder niedrig einem beliebigen Friedhof wählen. Das ist wurscht. Ich bin eh nur ich, der Zombies hat. Und dann hole ich mir den jetzt direkt wieder. So. Gut. Okay. Ist jetzt nicht so unmöglich schlecht. Bitteschön. Dann kriegst du ja die... 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 Die Verzweiflung aus der Finsternis. Ich hoffe, du bist und bleibst verzweifelt. So. So, jetzt hab ich mal was auf dem Feld, von dem man behaupten könnte... Gar nicht mal so schlecht. Attacke, Alter. Attacke. Gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es jetzt was wäre da herin. Muss ja irgendwas werden. Bitte, bitte, bitte. Danke, danke, danke. Ich glaube, jetzt haben wir gewonnen. Vampire Genesis. So, ich setze den. Denn who knows what can happen. Okay, fertig. Vampire übermacht Dimensionsportalvernichtung. Freunde, das Feld der Schreie ist Silence. Ablenkungsduell. Nächstes Mal.